Du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Wir haben Sam den Labrador getroffen. Hallo, ich bin Sam. Da sind wir doch direkt mal hinterher und auf entspannte Pizza-Phrasen gegangen. Kann ich ein Stück Pizza? Nein, darfst du nicht, aber Sam hat uns noch in seinen Garten eingeladen. Und wollte Zelda sein Spielzeug schenken, doch die Wurfzessin. Der Sam, der sieht total lustig aus, aber der ist auch echt groß. Naja, dann erstmal den Assistenten begrüßen. Wow, der Labrador ist ja wirklich hungrig, der isst noch all meine Snacks. Und Snacks sind ein gutes Stichwort, auf geht's mit Sam und seinen Assistenten Burger futtern. Na gut, war nur eine Fotokulisse, aber trotzdem, wir hatten mega viel Spaß. Gib schon, hey jetzt, das ist mein Burger. Gib ab, mein Assistent hat gesagt, ich darf das. Sam wollte noch eine Limo von Zelda kaufen, die beiden mitten im Limo stand, das wäre doch mal was. Dann waren wir noch bei Sam zu Hause, denn er hat für Zelda gebacken, einen super leckeren Kuchen. Den hat Zelda natürlich achtarmig reingeorgelt. Danke für den leckeren Kuchen, ich glaube, wir werden noch echt gute Freunde. Für uns gab's dann noch Sushi vom Feinsten und dann war meine Gang komplett müde und wir sind nach Hause gefahren. Tschüss Sam. Danke und besuchen Sie uns bald wieder.